Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skrrm, bei den Ollen Rolle Nummer 5. Hier live aus der Kolz...Kolzkegger... Wer benennt die denn so? Die Kolzkegger-Mine? Kolzegger? Kolz... Die Kolzievers-Mine, Berchtesgaden e.V. Und wir müssen hier heute... Wir müssen heute die fiesen Verschworenen vertreiben. Ähm... Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Hast du nicht... Kann es sein, dass sie mir vielleicht nichts tun? Weil wir... ihre Kollegen befreit haben und jetzt... sind wir aber zurück, with a vengeance quasi, äh, Basket. Hier kann ich nichts mitnehmen. Schade. Okay, diese Zweihändige braucht halt echt viel Ausdauer, ne? Aber der ist ja trotzdem sofort aggro geworden, auch wenn er halt sehr, sehr blind war, offenbar. So, ne Gold-Erzader. Die schnappen wir uns aber. Ähm... Ich kann... Dies was? Lydia, kämpfst du gerade? Ich... Ich... Was? Welcher Kampf denn? Der ist schon lange tot, der Typ. Okay, ich glaube, alle sind in Aufruhr, aber keiner kommt her. Ich bin ganz Mox-Mäuschen-still. Na mein Freund? Äh... So lob ich mir das. Okay, war das jetzt der Kampf? Ich glaube immer noch nicht, ne? Die Septime. Wir machen das auf der Rückreise. Okay, warte. Das ist doch noch hingehockt. Dieser Zauber. Achso, die ist schon... Die ist schon tot. Bronnenherz, der Abgeschworene. Ich glaube, der ist auf unserer Seite. Gut, ich glaube, der ist nicht auf unserer Seite. So. Hinhocken bitte. So, Lydia, Vorsicht. So. 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 Mit dem Bogen wird man auch langsam, ne? Funktioniert langsam ganz gut. Das war zu hoch. Das war's. Lydia, was hast du da an der Schulter? Ein Eczem. Ein gewachsenes Eczem. Okay, die haben sogar eigene... Die haben eigene Bögen, die haben eigene Pfeile. Was für eine lustige Bande. Achso, hier war nur das Frostding, ne? Der hat ja nichts dabei. Okay. Frag mich, ob die Kämpfe jetzt... Ja, das mit dem Bogen klappt ganz gut. Einfach direkt durchs Auge gezielt. Da ist ja auch... Da ist ja auch die... Wenig Schädel im Weg. So, warte mal. Großer Sack ist leer. Das Fass. Da haben wir wieder ein bisschen was. Ein bisschen... Ich weiß nicht was... Tapioca. Ich weiß nicht genau, was das gerade war. Ich nehm's trotzdem mit. So, Pitchfork. Randy Pitchfork. Den nehm ich hier nicht mit. So, und hier offenbar... Gut, das sind natürlich die Sachen der Minenarbeiter. Die sind natürlich auch noch alle da. Ich baue mal ein bisschen Gold ab. Jetzt geht's ja auch. Schön, endlich Gold. Aus Gold können wir Schmuck machen. Und aus Schmuck können wir bestimmt ganz tolle Preise erzielen. Wir werden ganz hervorra... Ja. Wir werden ganz hervorragenden Schmuck machen. Scheiße. Ich geb mal... Wow, hier ist aber viel Gold. Wow. Nette Mine. Gute Mine im bösen Spiel. Ich werd... Ich werd gleich Lydia ein bisschen was geben. Flawless Ruby. Nice. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hab kurz vor der Aufnahme... Hab ich einfach ganz frivol... Hab ich ne Kakao getrunken. Und genau jetzt, wo ich wieder angefangen habe aufzunehmen... Verlangt der Kakao seinen Tribut. Er möchte wieder hinaus in die Freiheit, wie es aussieht. Jetzt hab ich ein Problem. Wie, äh... Wie kommen wir denn da zusammen? Alter, wie viel Gold. Das ist ja ein Traum. Wir sollten hier öfter herkommen. Das ist bestimmt nur eine Ader, ne? Die beiden Dinger hier, oder? Das wär sonst übertrieben. Ich sollte mir die Kolskergarmine aufschreiben, dass wir hier immer mal Goldfarmen kommen. Ich hoffe, die... Das Zeug respawnt. Dann können wir daraus bestimmt Schmuck machen. Irgendwie. Immer ein bisschen leveln vielleicht. Das sind zwei Adern. Das ist ja geil. Äh... Und dann können wir nämlich, äh... Dann machen wir Millionen. Millionen werden wir machen. Wir werden einfach richtig fett im Goldgeschäft einsteigen. Im Schmuckgeschäft. Womöglich noch. Wir werden eigene Juweliere eröffnen überall. Äh... Wir machen so Goldankauf per Post, ne? Kannst die Zähne deiner Oma versemmeln. Und natürlich auch Handyläden. Das ist ja klar. Das gehört einfach dazu. So, fünf Kartoffeln. Lydia, kannst du hier fünf Kartoffeln tragen? Ach, wir haben eh noch... Ich bin direkt hinter euch. Das ist superlieb. Du bist direkt vor mir übrigens. Ich stehe zu eurer Verfügung. So... Sag das mal nicht zu laut. Hehehehe. Okay, 42 Gewicht. Ich hau mal das Schwere erstmal rüber. Erstmal die Dwemer Sachen hier, ne? So... Oh, okay. Wir haben... Ach, das ist hier. Ja. Ich hau mal die schweren Sachen rüber. Ja, hallo. Guten Tag. Mein... Ich bin Profi. Okay, dann... Wo haben wir denn hier... Äh... Wo können wir denn da mal? Dragonbone kann sie schon gar nicht mehr tragen. Goldohr, oh. Geht auch nicht mehr. Warum eigentlich nicht? In der Menge nicht? Verdammte Axt. Wir hätten die vorher auch schon abladen sollen, ne? Oh, das ist nicht gut. Ich... Ich glaube, sie ist auch schon voll. Wir haben vergessen, sie zu entladen. Kann das sein? Na, mal los. Okay, ich würde sagen, weißt du was? Ich bin sofort wieder da. Ich nutze die Gelegenheit. Ich werde ganz kurz, äh... den Kakao entsorgen. Und einiges anderes. Ich bin sofort wieder da. Eine Sekunde. Moment, Entschuldigung. Ah, hier ist... Huch. Und jetzt werden wir zurück. Und haben erfolgreich, wie man sieht, nicht nur den Kakao weggebracht, sondern noch alles andere. Lydia ist auch wieder happy. Die muss nicht alles rumschleppen und so. Da sind wir also wieder. Schön. Das heißt, wir können hier noch mal kurz gucken. Oh, Underboob. Bitte nicht hingucken. Das, äh... So. Kann ich wieder nicht rechtfertigen hier. Ähm... Und eigentlich haben wir ja auch noch Goldadern zurückgelassen, ne? Aber die würde ich dann eventuell auf dem Rückweg oder später... Ich weiß natürlich nicht, wie tief die Mine hier geht. Das kann ich aktuell noch nicht sagen. Ein Tornister. Oh! Hätte ich ja gleich alles mitnehmen können hier. Naja, egal. Ähm... Was ist hier noch? Ein kleiner Stärketrank. Und eine starke Heilung. Die können wir schon auch brauchen. Schaufel ein Pfeilchen. Ein Eisenpfeilchen. Warum nicht? Es werden langsam weniger bei uns, glaube ich. Wir müssen dann... Die Pfeilsorte ändern. Was aber nicht das schlimm... Äh... Ist nicht das Schlimmste, was wir machen können. Wir haben ja inzwischen auch sehr viele andere Pfeile. Und einige habe ich ja schon abgelegt. Weil... Wir einfach so einen Pfeilspam haben. So. Hier. War ja auch noch was. Gucke. Den haben wir einfach... Durch sein Dornenherz hindurch getroffen. Oh! Stafford Chainlighting. Das können wir, äh... Jemandem geben, der uns sehr nahe steht. Und das Gold. Ihr wisst ja. Ja, bald. Äh... Gold Einzelhandel. Das wird ganz groß. Hm. Miefgold.de. Stiefgold.de. Vielleicht von der Stiefmutter die Zähne. Man weiß ja nicht. Da gibt es bestimmt verschiedene... Äh... Plattformen, die man bauen kann. Das sind ja auch zwei. Oh, ein Traum. Das ist ja ein Traum. Wir kriegen hier richtig... Also... Für die Menge, die man sonst findet, findet man hier eine Menge Gold. Ich muss mir die... Mine merken. Und ich hoffe, dass die Sachen alle respawn. Und dann können wir hier bestimmt... Äh... Ein fluppiges Geschäft aufbauen. Das wäre natürlich toll. So. Und... Hier auch nochmal... Heide... Heidewitzger. Also Gold gibt's hier offenbar häufiger als Eisen. Ich finde mehr Goldadern hier in dieser einen Mine als Eisenadern insgesamt bisher überall. Wahrscheinlich gibt's da noch bessere. Und wahrscheinlich gibt's auch irgendwo online irgendwelche Listen, welche Höhle, Schrägstrich Mine, wie viele Adern, wovon hat. Gibt's bestimmt auch. Und wenn nicht, dann wäre so eine Liste doch recht praktisch, wenn man sich denn des Schmiedehandwerks befleißigen möchte. So. Auf Dauer. Gibt ja auch Leute, die leben inzwischen im Himmelsrand. Also, also, ne? Die, äh... Haben dann 5000 Spielstunden. Aber haben irgendwann aufgehört, Quests zu machen. Und haben eher alles andere gemacht. Wahrscheinlich. So. Oder haben die Hauptstory nie zu Ende gespielt. Alter, das ist aber... Wow. Wow. Ain't nothing but a Gold Digger. Get down, get down, get down. So, so fühle ich mich gerade. Wie ein richtiger Gold Digger. So. Ach, ey. Schnauze. Ich weiß gar nicht, warum der Blut verliert. So. Hat auch noch ein bisschen Goldohr dabei. Goldohr. Hört sich an wie ein Bösewicht aus. James Bond. Goldohr. Mr. Goldfinger. Mr. Goldfinger. Is the Bruder of Goldohr. Oder aus Herr der Ringe, Goldohr. So. Jetzt mach ich erstmal hier. Ja. Entschuldigung, wenn diese Folge natürlich... Äh, aber ich... Ich komm an den Minen nicht vorbei. Diese Folge wird sehr viel gespitzhackt. Das lässt sich nicht zusammenfassen. Das gehört einfach dazu. Mach ich auch keinen Schnelldurchlauf, weil... Wir haben hier echt, äh... Einen richtigen Flöts gefunden. Erinnert mich an Minecraft. Du alte Flöts. Du bist schon so eine richtige Flöts. So. Das haben wir. Und hier nochmal. Flöts, flöts, flöts. Gold, Ingo. Warum rollt die Tinte jetzt weg? Hat die Angst? Ich glaub, die hat Angst. So. Und ein Septim. Wow, die machen richtig dicke Geschäfte mit dem Gold. Richtig dicke Geschäfte. Ich glaube, wir haben aber die Mine schon freigeräumt. Ne? Wir könnten theoretisch die Quest wieder abgeben. Ich glaub, wir müssen die auch abgeben. Wir müssen dann theoretisch nochmal zurück. Aber dann machen wir die Questrunde. Geben die ganzen Quests vielleicht ab. Ich mag's übrigens, wie an der Taschenlampe unten das Feuerchen auch brennt. Oh. Ähm. Okay, da geht's nochmal runter. Ich würde vielleicht vorher nochmal... Doch nochmal ganz kurz, Lydia. Äh, wir nehmen nochmal ganz kurz die anderen Minen mit, bevor wir hier runterspringen. Die Frage ist natürlich, wohin springen wir? Ist das vielleicht... Einfach ne Abkürzung für den Rückweg wieder, damit ich hier nicht außen rumlaufen muss, wie ich's gerade mach. Vorsichtshalber, falls das nicht ist. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo oben vielleicht ein Löchlein finde. Also hier seh ich zumindest keins. Ich weiß nicht genau... Ob das wieder hierher führt. So, hier haben wir schon gebuddelt. Okay. Okay. Da drüben... Haben wir noch nicht gebuddelt. Hm. Na gut. Dann mal, äh, was liegt hier noch? Oh, nice. Schön. Dann wollen wir mal. Juppaidi! Lass mich raten, das Loch führt tatsächlich wieder zurück in den Gang und ich werde gleich einen völlig unnötigen Weg machen. So. So. Mr. Gold-Erz-Ader. Di-di-di-ding-ding. So, dat kommt auch weg. So, kann das sein, dass das drei Adern sind? Weil hier unten links ist auch noch was. Oder gehört das zu der hier? Okay. So. Nee, gehört das zu der hier. Hör, lame, wie wenig... Okay. Das ist eine sehr, sehr geile Mine. Wenn das respawnt, mein lieber Freund, dann, äh... Dann mach ich hier einen Urlaubsort draus. So, warte. Hi Lydia. So, das da oben haben wir schon, ne? Was haben wir hier? Im Sack haben wir auch noch mal drei Salz. Warum auch nicht? Hier ist aber bestimmt irgendwo ein Loch in der Decke, oder? Apropos Loch in der Decke. Okay. Ich geh ganz kurz raus, pack das Gold auf den Esel. Ich hab jetzt kein Loch... Vielleicht hab ich's übersehen in der Decke, ich weiß es nicht. Aber ich pack das Jolt erstmal auf den Esel... ...auf unser stolzes Pferd, das kein Esel ist übrigens. Ähm... Und dann würde ich mich noch mal reinstürzen und einfach noch mal durchs Loch springen. Nur um sicher zu gehen, dass wir da nicht eventuell sonst wo landen. So... Hier... Weil das hier wiegt ja inzwischen doch schon ein bisschen. Und mehr brauchen wir da auch nicht. So... Lüdie hat ihren Kappes auch schon abgeladen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich glaube es ist einfach nur wieder ein Rückweg. Aber ich möchte einfach nur sicher gehen. Ich hab das Loch jetzt grad nicht gesehen. Ihr vielleicht schon? Ich weiß es nicht genau. Oder einer von euch Halunken. Oder vielleicht hab ich's gesehen und nicht als solches erkannt. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht hab ich das Loch gesehen und es nicht als solches erkannt. Fast meine erste Beziehung komplett zusammen. Nein! War ein Witz. So... War viel schlimmer als das. So, okay. Da ist noch irgendwas. Da ist noch... Dann gehen wir... Hier eben schauen. Und dann springen wir mal einfach mit den Füßen voran ins Loch. Das fasst meine zweite Beziehung komplett zusammen. So, warte. Hier ist alles abgeerntet. Prima. Alles abgeerntet. Und dann springe ich hier durch. Und ich wette, da geht's einfach nur wieder irgendwo hin, wo wir schon waren. Ich dachte grad, da wäre eine Riesenameise, weil der Schatten so komisch aussah. Ähm... Da geht's runter. Da geht's da hin. Wir müssen dann hier entlang. Okay, gut. Ich wollte ja nur sicher gehen. Genauso war es dann auch. Wupp. Und wir verlassen schließlich diese Mine. Das müssten wir hinbekommen haben. Schön, dass es wieder regnet. Ich glaub, ich mach mal ein kleines Päuschen, oder? Also jetzt, äh, hier... Ne kleine Rast einfach. Ja, ist glaub ich besser. Ich guck mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Berichte Pavo, dass die Kolsker-Gamine wieder frei ist. Das haben wir natürlich... Das haben wir also erledigt. Dann würde ich vielleicht nochmal eben ganz kurz... Lydia, weißt du was? Hier ist ein kleiner Ofen. Unter den Dächern dieses Baumes. Warum verschwindet eigentlich immer die Schärfe ab und zu mal? Ich hab gar keine tiefen Schärfe eingestellt. Eigentlich. Also ich hab die ausgemacht. Komm, hier ist ein bisschen warm vom Ofen. Hier ist der... Hier kommt der Regen nicht hin. Ich würde hier mit dir ganz kurz kampieren. Es ist 2 Uhr morgens. Ich mach mal 6 Stunden. Ne, wir... wir sitzen hoffentlich den Regen ein bisschen aus. Aber auf jeden Fall die Dunkelheit. Wir müssen nachts nicht reisen. So... 7 Uhr 44. Ja gut, den Regen haben wir nicht ganz ausgesessen. Ich glaube es ist einfach die Gegend, wo es hier so viel regnet. Und dann... Ziehen wir natürlich indes ein wenig weiter. Hier immer noch die toten Schafe. Vom Vortag. Slagwart-Mine. Achso, Berichte Pavo. Okay. Das können wir theoretisch schnell machen, wenn wir jetzt zurückgehen... ... würden. Wir können aber auch da wieder zurückgehen. Wir machen erstmal das hier. Die Windklippenhöhle. Und Alt-Ho-Hullern, soll man noch was Scheid sagen. Und hier soll man noch den Anführer töten. Ähm... Ich würde... So wie wir es eigentlich geplant hatten... ...gleich nochmal in die Tiefe springen. Also ich würde zum Fluss gehen. Und hier eigentlich jemand? Wir waren nur noch gar nicht drin, ne? Pavos Haus. Würde ich aber einbrechen. Die will ich aktuell nicht unbedingt. Pavot bestimmt eine wichtige Queste für uns. Vielleicht kommen wir später nochmal vorbei. Ich hoffe wir kommen später nochmal vorbei. Jetzt nehmen wir aber erstmal zu. Liegt denn das alte Gerüble noch da drüben? Ne. So. Gut. Dann... Müsste ich doch theoretisch. Das war der Plan. Ich weiß nicht genau wie Lydia das macht. Oh nein bitte beiß mich nicht. Bin ich hier richtig? Bin ich dann hier wo ich hin wollte? Das sieht nicht richtig aus. Ich glaube das ist nicht da wo ich hin wollte. Okay. Ach schön, unter Wasser hört man einfach gar nichts. Es ist zu beruhigend. Aber die Musik, die hören wir auch unter Wasser. Da wollen wir hin. Da können wir abbiegen. An der toten Trauerweide. Hier wollten wir lang, genau. Wo die Enten Tandaradeien. Und noch eine große Krabbe hier Unwesen treibt. Die wir natürlich auch eventuell mal. So. Zu Frühstücksfleisch verarbeiten. Hey Crabman. Das sind sogar zwei Krabben. Widerwärtiges Gezücht. So. Dahinten ist die nächste. Habe ich gespeichert eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich speichere nochmal. Ich probe immer Third Person. Aber die drehen sich immer zu uns. Auch wenn die angreifen. Okay. Ich habe das Gefühl Third Person. Ja. In der dritten Person kann man viel besser kämpfen. Es scheinen mir alle sehr viel wendiger zu sein. Aber da ist nicht mehr so immersive. Ja. Da ist nicht mehr so. Ich mag das mit dem First Person eigentlich sehr gerne. Beim Kampf ist es glaube ich von außen besser. So. Und hier muss irgendwo der versoffene Sohn rumhängen. So bin ich glaubend. Wir gucken gleich mal. Guck mal. Das ist doch auch wieder. Ähm. Oh. Das ist noch gar nicht. Wir sind noch gar nicht in Alt-Hirol dann. Das sind die Ausgeschlossenen. Ich könnte jetzt auf Lydia warten. Die kommt da hinten gerade angelaufen. Komm wir warten aber schnell auf Lydia. Sie braucht ein bisschen. Lalalalalala. Lalalala. Lalalala. So habe ich die Lampe noch an? Ne. Okay gut. So. So. Hey. Greif nicht Lydia an. Wow. Lalalalalala. Oh nice. Das ist aber lieb. Schickt eure Pfeile Mannen. Schickt eure Pfeile. War das ne gute Idee frontal anzugreifen? Ne ne. Wer war das denn? Da ist Lydia. So. Das tut ja wohl nicht. Level 1 auch gesprochen. Wir haben ja alles hier. Oh. Oh. Hä? Hä? Das sind auch gerade lang geflogen. Wie trifft mich denn hier? Ich geh mal kurz hier rein. Oh. Ich glaube Lydia. Kann ich sagen dass Lydia down ist. Okay warte. Jetzt ist Lydia wahrscheinlich wieder ab. Einmal. Ach da! Alter. Oh 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 oh. Diesmal hab ich pünktlich geguckt. Ich seh die immer nicht wo die sich verstecken. So. Die geringe Heilung kann ich erstmal weg. Gesundheit nehme ich gerne mit. Shit, ich bin eingefroren. Okay, weißt du was? Du kannst mir nicht ewig ausweichen, ne? Vielleicht doch, aber... So... Hä? Hä? Wer? Wann? Wo? Das war vielleicht ein bisschen zu frontal, ich bin mir nicht ganz sicher. Und wir haben schon lange nicht mehr geschrien, ne? Wir sollten auch mal wieder schreien. Ich wollte mir nicht schreien, mal ein bisschen rum experimentieren. Da muss ich auch noch mal schauen. Und ein... Ich dachte, ich hätte gespeichert. Na gut. So... Eigentlich... Eigentlich dachte ich ja, das wäre eine Stadt. Hab ich so gedacht. Ist aber wohl keine. Und vor allen Dingen viel zu viele freie Flächen, natürlich. Da war Strategie etwas schwieriger. Aber diese Abgeschworenen... Ich mein, warum... Wir haben ja die Abgeschworenen aus dem Knast befreit. Warum... Die besetzen natürlich die Minen, weil die den Nord gehören wahrscheinlich. Aber ich hätte gedacht, dass wir jetzt vielleicht in einem Krieg etwas neutraler betrachtet werden. Wahrscheinlich nicht, wenn wir die Abgeschworenen aus der Mine angreifen. Aber die haben... Die haben uns ja zuerst angegriffen. Zuerst mal die am Weg. Wir wollten ja nicht, ne? Also die haben ja uns zuerst. Und was ist denn hier? Ich bin sicher, die sind nett. Da mich hier alles angreift, gehe ich davon aus, dass wir hier... Ist das vielleicht eine Jägerin? Oh. Hoffen wir nicht. Ach, Speer, der Abgeschworene. Nein, ich wollte nur mal Hallo sagen. Ich hab echt Hunger. Blöde Kuh. Ich wollte mich nett ans Feuer setzen. Ich wollte ein schönes Gespräch führen. Und wie... Wie liegt... Was ist denn... Ich hab dafür keine Worte. Ich nehme einfach eure Pfeile, euren Bogen, eure Septime an mich. Und überlasse euch eurer Profession. Was wär das? Ach, Speer. Amethyst? Groß Siegenbein. Warum haben die... Warum haben die einen Amethyst dabei? Lohnt sich dann doch, die wegzuhauen, ne? Ich will die gar nicht weghauen, aber die greifen uns halt immer an. So, die spähen hier also aus. Na gut, na gut. Und hier ist noch ein Höhchen, lass mich raten. Da gucken wir natürlich auch nochmal schnell rein. So. Ich hoffe, die ist nicht allzu groß. Aber andererseits... Bei diesem Spiel weiß man ja nie. Ich mach nochmal Taschenlampe an. Dorakin. Nein! Richtig. Niemand hier. Niemand hier. Nein! Der Pfeil durch den Kopf ist einfach nur so entstanden. Hier ist wirklich niemand. Oh, ist das Blutsuppe? Der Pfeil durch den Kopf ist einfach nur so entstanden. Sag mal, wenn die hier ne Falle gebaut haben, ne? Wärts doch ganz gut, wenn die uns sehen zuerst. Aber da Lydia rennt da bestimmt wieder rein. Nein, 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 nein. Lydia, nein. Lydia, nein. Nein, nein, Lydia, nein. Was? Sag ich doch. Ich dachte, die hätte mir etwas gehört. So, guck mal. Direkt Piercing im Arm. So, die Benzinlache ist weg. Das ist schon mal ganz gut. Die Pfeile kriegen wir sogar wieder. Oh, warte mal ganz kurz. Was haben wir da noch? Äh, okay. Okay, das lass ich mal. Die Pelzmäntel verkau ich mal nicht, ne? Also, 150 kosten die hier zwar. Also, bringen die hier zwar. Die kriegen wir aber nicht dafür. Das lohnt sich gar nicht. Die Bögen, 185 nehm ich trotzdem mit. I will nur so, just for fun. So. Ich wollte doch eigentlich nur Quests machen. Nein. Nein. Ja. Kommt aber trotzdem überraschend auf. Jetzt gehöre ich mir. Tue ich das? Gut. Dann weiß ich ja Bescheid, wem ich gehöre in Zukunft. Bin aber grad wieder frei geworden. Der ist freiwillig verstorben. So, hier ein bisschen rohes Wildbret noch. Das nehmen wir auch noch mit. Was ist denn mit dem Kollegen hier? Direkt durch den Köcher. Schade. Den Köcher kann ich nicht mehr verkaufen. Schade, schade. War hier unten noch irgendwas, Lüdi? Nein. Also ganz ehrlich, die können doch nicht gut sein. Wenn die hier lauter Ziegenköpfe und sowas aufhängen. Schafe abschlachten. Gehört ihr mir? Ich bin dagegen. Ah. It's a trap. So, der hat ein Steak dabei. Die wissen wenigstens, was ich gehört. Was mit den baren Sachen? Alles lumpen. Okay, gut. Da geht's wieder zurück. Und ich glaube, er hat die Pfeile ausgelöst. Das heißt, wir können hier ohne Probleme durchgehen. Was ist das hier schon wieder? Achso. Witch Plague. Vielen Dank. Was ist das denn hier schon wieder? Ist das ein Riesenbiber? Der Longbon, super uninteressant. Ich glaube, das ist ein Riesenbiber. Hier mit Geweih. Die gibt's natürlich hier im Himmelsrand, die Riesenbiber. Wenn ich da drauf springe, kommt man da zu einem ganz tollen Secret, wenn wir uns da entlang schleifen. Ne, ne? Wenn wir so am Rand entlang wandern, so ganz knapp. Dann kommt das Riesen-Ultra-Secret. Na, guck mal hier. Da kommt man auch irgendwie drauf. Aber auch nicht. Das ist nichts. Hier ist irgendwie alles nach Fallen aus und nach Labyrinth, aber ich glaube, der Weg führt uns... Ih, was ist das denn hier? Ickittigitt. Hier so ein Hentai-Dream, das lass ich mal. So, aber an die Pilze fahren. Dafür reicht die Zeit. Die Rotadlerschanze. Die Rotadlerschanze. Also bin ich jetzt bei der Schanze. Na, das ist aber, äh... Gut. Wer hätt's gedacht? Das Leben spielt einem merkwürdig mit. Dann wollen wir mal ganz kurz zur Schanze gehen und da mal ein bisschen aufräumen. Und, äh... Ja... Huch! Eine Schanze für die Liebe. Lydia regelt. Halala, halala... Was ist denn hier los? Genug, genug! Ich ergebe mich! Genug, genug! Ich ergebe mich! Huch! Wo ist sie denn? Da ist die! Guck mal hier! Boah! Lydia, ich liebe dich! Haben wir zusammen einfach runtergesäbelt. Schön. Wir sind ein gutes Team. Ich durchsuche den Kopf. Die hat noch ganz viele Dinge im Kopf, wie es aussieht. Das sind die letzten Gedanken, bevor das Licht ausgeht. Wo ist denn die andere Dame, Lydia? Hast du die etwa... Lydia, hast du die zur Marmelade verarbeitet? Ich sehe hier gar nichts. Lydia, was hast du getan? Hast du denn deine Aggression ausgelebt? Wir haben noch darüber gesprochen. Oh, da ist ein, äh... Ein bisschen Jell... Oh! Lydia! Ja, das hole ich mir natürlich hier. 55 Septimchen, warum nicht? Und dann hier nochmal. Speer, der ab... Ach, das ist die ohne Kopf. Das ist der Körper von der Dame, die wir zusammen runtergetreten. Wow! Okay, das ist halt echt bitter. Ähm... Hat's am Ende nochmal ne kleine Klassenfahrt gemacht, weißt du? Ist doch auch schön. Ach, hier in der Nische ist die andere. Lydia, hast du schön entsorgt. Finde ich ganz toll. So. Mehr brauchen wir hiervon auch nicht. Den Bogen nehme ich wieder mit. Den kann ich eigentlich auch wegschmeißen. Das ist nichts. Ja... Ach weißt du... Eigentlich wollte ich in der nächsten Folge weitermachen, aber jetzt guckt man die Schanze nochmal schnell zu Ende. Ich hoffe, dass sind nicht allzu viele von diesem Gelumpezeug drin. Ich sollte vielleicht vorher speichern. Ist da jemand? Ist da jemand? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Ih! Wie? Was denn? Eure Berserkerinnen hier? Eure Speer? Die könnt ihr gerne zurück haben. Haben jetzt ein bisschen Just-Look natürlich. Nein! Bin zum Sterben ehrlich gesagt noch nicht bereit. Bin ja noch so blutjung. Ja, das sehe ich auch. Moin. So, also wir kriegen viele Bögen hier, ne? Das ist schon ganz gut. Oh, hab ich mich erschossen. Was soll das denn? Hau ab jetzt! Ach, Lydia, was ist nur mit den Leuten los. Sie lernen einfach nicht. Der sieht, wie ich gerade alle abschlachte und denkt, er ist der Hero of the day. Aber gut, das denke ich ja auch. So, schön hat das hier oben. Richtig, äh, kuschelig. Ist das hier Ferienlager, oder? Ach, das ist ja nur ne Dingens. Was? Eine Schanze für die Liebe. Lalala. Oh, hallo! Elfenschwertchen. Warum nimmt das denn keiner? Haben alle ihre komischen abgeschworenen Schwerter? Nein. Ah... Noch jemand? Noch jemand? Ja, gegen Level 1 Charaktere große Fresse haben. Nice, das ist genau mein Ding. So. Die haben die wieder ordentlich am Schlafhütchen gepackt heute. Oh, guck mal, Büchlein gibt's auch. Ach, ruhend. Ein Hackklotz, toll, dann können wir hier Holz machen. Die haben wir durchsucht, ne? Oder? Ne, haben wir noch nicht. Okay, boh, nehme ich auch wieder mit. Vielen Dank. Also viel gibt's hier nicht. Ich nehme halt mit, was zu kriegen ist. Vielleicht gibt's oben was Schönes. Die haben sich aber gut abgesichert hier, ne? Ich finde es halt wirklich schade, dass sie uns angreifen. Das finde ich wirklich, wirklich schade, weil die Sache an sich ist, glaube ich, eine Unterstützenswerte. Wenn die nicht so voller Hass wären. Ja? Davon seh ich nicht viel, mein Freund. So, einmal wieder neues Piercing gemacht. Nichts drin. Wert 30. Hier liegen die billigen Bügen. Äh, ja. Ich schau mal ganz kurz. Ist das eventuell Kart-Wasten? Das könnte Kart-Wasten sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier. So. Aber jetzt erst mal ganz kurz hier. Die Liebes-Schanze auseinandernehmen. Das... Das bisschen Müll, was... Was hier rumliegt. Bin ganz ehrlich. Ich glaube, es lohnt sich nicht mal hier rumzulaufen und zu looten. Ich bin ganz klar. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Oh ja, tut mir leid. Ich weiß, du wolltest den letzten Schlag machen mit dir, tut mir leid. Ich war grad so, ich war grad so wieder im Element drin. So, Dornenherz, Eisenpfeil, ein Glasschwert. 14 Gewicht, ganz nice, okay. Hunt and Go, Red Eagle's Fury. Runs the targets, ja gut, okay, nice. Schlüsselchen und Vulkanglas, Kriegs-Achse des Eises. Akt. Da müssen wir natürlich gleich mal gucken. Eisenstreitkolben der Müdigkeit. Ich glaub, mit dem wurde ich heute Morgen angegriffen. Ist alles nicht so mega spannend. Stahlschild, kann ich auch noch verkaufen. Die Legende des Roten Adlers, aha. Das ist ja hier, wo wir grad sind, quasi. Ah, ich muss das endlich aufnehmen. Verdammte Axt. Ah, so Schläferli. Durchsuchen, großer Sack. Lydia, willst du auch mal den großen Sack durchsuchen? Zwinker, 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 zwinker. So, was haben wir denn hier? Roter Adler Ritual. Ich auch nicht, deswegen lese ich mal ganz kurz nach. Also das lese ich mal ganz kurz vor. Das Ritual des Roten Adlers. Wenn ihr die Klinge in menschliches Blut getaucht habt, bietet sie zusammen mit eurer Opfergabe am Rebellengrab dar und sprecht dazu die folgenden Worte. Fürst Roter Adler, altehrwürdiger, erster und höchster unter den Bürgern von Reach, hört den Ruf eures Volkes. Immer noch kämpfen wir um unsere Freiheit. Immer noch sind unsere Klingen dunkel vor Blut. Richtet euren Blick auf uns und gebt uns von Neuem euren Segen. Ich erneuere den alten Pakt. Wenn unser Land endlich frei ist, werden wir zurückkehren. Euer Schwert des Sieges in der Hand. Dann erhebt euch, großer Fürst, aus eurem geehrten Grab. Erhebt von neuem Anspruch auf euren gestohlenen Thron. Herrscht über uns, hoher Herr von Reach, für immer und ewig. Aber der Rote Adler ist schon lange und braucht ja Opfergaben. Ich meine, das sind ganz schön viele Altäre und ganz schön viele Opfer. Und offenbar Opfern, die immer Ziegen. Was passiert, wenn ich jetzt auf dem Thron des Roten Adlers sitze? Ahhhh. Lödi, ich brauch mal, ich brauch mal ganz kurz ne kleine Auszeit. Ah, so fühlt sich also der Rote Adler an. Ah, ja gut. Schön hier aber, ne? Sehr wohnlich. Würde ich bleiben. Fühlt sich sehr gut an. Dann würde ich sagen, nächste Folge, gucken wir uns die Festung an. Das ist ja eh nur noch das Türmchen, was da steht. Schlüssel haben wir und da wird nicht mehr viel bleiben. Und dann gehen wir wieder zurück und dann machen wir wirklich Quests. Aber schön, dass wir mal vorbeigeschaut haben. Lag halt grad zufällig auf dem Weg, so wie alles zufällig immer auf dem Weg liegt. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss. Gehabt euch wohl.